Guten Tag liebe Leute und willkommen zu einem richtigen Highlight, denn wir spielen High Street Five Und ich frag mich nur, wer spielt so einen Scheiß? Warum wird so eine Kacke programmiert? Und wahrscheinlich wird das Movie so weggestrikt, weil hier einfach mal übelst die Kopi Musik läuft Und wir werden uns jetzt einfach mal in eine Stadt begeben, beziehungsweise auf einen Server Und es war so schön im Stream, ja, es gibt nämlich eine verfickte Quest in diesem schönen Spiel Dass ihr einen Freund haben müsst Ja, wenn ihr auf Server 2 spielt, habt ihr einfach mal keine Freunde, weil keiner diese Chai-Spiel spielt Und deshalb gehen wir mal in Uptown Oh Gott Jetzt kommt natürlich der erste Fehl, glaube ich Ne, doch nicht, hey, gut Hätte ja sein können Das war Unsere Account Daten wieder vergessen Jawohl, ja und da bin ich Ja In meinem Apartment Jo, join What the fuck Was krieg ich jetzt? Gib mir mal das Was soll ich jetzt machen? Klick Ich klick doch Jawollos, Alter Da immer eine Treasure Box So, was kriegen wir, was haben wir denn da? Mach nochmal, Inventar mal öffnen Ach, das ist so toll das Spiel Äh, Backpack Jo, mach mal auf hier Baby Backpack Ja, gut Okay, ist auch total Latex Ähm, ihr könnt Oh Mann, dieses Spiel macht einen kaputt Ja, ihr könnt natürlich gewisse Ausrüstungsgegenstände Äh, Equipten Ja, die haben mal pervers keine Studs Sondern ihr seht einfach nur mal extrem scheiße aus So wie ich grad hier in meinem schönen Achselhemd Und ja Was? Ein GM schreibt mir Welcome Back Ich krieg ein verficktes Pferd Warum krieg ich ein Ich möchte raus So So, jetzt möchte ich aber tanzen You can't Achso Okay, jetzt müssen wir natürlich erstmal raus hier Können wir denn da hin? In die Dancing Hall Oder gehen wir nach Hause? Wo gehen wir hin jetzt? Hall of Fame Oh Scheiße Gehen wir mal hier hin Oh, wie viele Spieler haben wir denn da? 26 Spieler sind hier drauf Was ist mit euch falsch? Alter Alter Da lief grad das verfickte Intro Von Sword Art Online Von Sword Art Online Warum kann ich diese Ach hier So, okay Jawohl Ach du Machern meh Boah Erstmal hier paar Leute kennen ja Hi Leute So, okay Super Wollen wir mal danzen Solo dance Machen wir da easy Ja bitte Ja bitte Ich sag nicht mehr So, jetzt siehts los Warum wollt ihr mitspielen? Hallo? Alter Ja gut Und ähm Spieltet hier mit den Pfeiltasten und wenn es hier in der Mitte ist, dann macht er einfach mal Leertaste Natürlich bin ich hier der übelste Pro Natürlich bin ich hier der übelste Pro Nur ich hab das mal nicht gezeigt Warte mal, ich muss mal die Kamera hier ein bisschen Muss man uns natürlich auch ein bisschen konzentrieren Diese Ist so geil Dieses Spiel Meine Fresse Machen wir ihn weg Oh scheiße Äh Läuft doch Ja das ist natürlich jetzt noch ein langsameres Lied Ich hab immer ein Lied gemacht ihr habt Da siehst du überhaupt nicht durch Boah geil Boah zu immer perfekt Ka gut Was Keine Ahnung Gut Ja Es geht voll ab Und Die scheiße macht ihr jetzt noch Leck nicht Naja es tut mir leid Ich hab Leider Fehl Und da ist DJ Alondra Der kennt sie nicht ey Es geht ja voll ab man Ich bin der einzige der noch schwuler aussieht Als die anderen mit ihren verfickten scheiß Flügeln Jojojo Bitches Wie kann Wie kann man so einen Scheiß Permanent spielen Bin gar nicht mal so schlecht Oh Wahnsinn Ich muss mal hier voll konzentrieren Ich muss mal hier voll konzentrieren grad Boah Wie lange geht denn diese Zwei Minuten noch Das ist echt Der letzte Dreck Und das Lied ist auch so Sowas von furchtbar Jojojo Bitches Wow Ich bin so cool Oh was kommt jetzt Kriege ich nen Buff oder was Wow Fuck you Okay Der Chat ist auch extrem geil Achso Und dann lacht man Wenn jemand Fuck you schreibt Na ja Hier sind richtige Bannkriege Ich kann besser tanzen als du Oh man ey So Noch 1 Minute 30 Yeah 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 Jojojo Katze im Klo Oh Gott Meine Moves Meine Moves Sehen auch sowas von Behindert aus Na ja Passt zu meinem Schwulen Aussehen Nichts gegen Schwule Ah Das Ausfit Ist extrem Na ja Jojojo Bitches Oh Mensch Meine Güte Läuft da auch Der Videoclip Da oben The next strike Ja Ne das ist definitiv nicht Der Videoclip Oder Oder doch Oh Wir haben es gleich geschafft Leute Doch Oh Das war wirklich Ne Ok Ich habe es geschafft Nice Jetzt wird abgerechnet Jawohl 22 mal perfekt Äh Das kann ja First loop Comment on Was Da hat mir jemand zugeschaut Oder was Wer ist denn so Warum 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 antwortet jemand drauf Warum guckt mir jemand zu Warum gibt mir jemand verfickte Rosen Ich weiß es nicht Richtig Richtig geil Äh Ja stop dance Please What the Win Silver member Okay Ja gut Okay Könnt euch das Spiel einfach mal geben Link natürlich unten in der Videobeschreibung Oh Mein Gott Pain